Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal Leute. Ja ihr seht es ist eine Timelapse und zwar sind wir gerade hinter dem Zoll und wir möchten ein Fußballstadion bauen. Ja Leute, ich lasse euch jetzt alleine. Schreibt mal Ideen für den Namen vom Fußballstadion in die Kommentare. Und wir werden nicht ganz fertig werden in diesem Video, weil es auch was größeres ist. Aber zwei Videos sollten, glaube ich, reichen, wenn wir nochmal so eine Timelapse machen, weil ich habe jetzt an dem hier, das waren, glaube ich, zwei Stunden ungefähr, die ich daran gebaut habe. Und ich lasse euch jetzt alleine ein bisschen Musik. Das war's von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da, falls ihr es getan habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao. Hey! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017